Was geht ab Leute, euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Wir checken auf jeden Fall den Gegenstandshop vom 24.06.21 ab. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da reinkommt. Let's go, lasst uns das Ganze mal betrachten. Und wir haben heute einen neuen Skin-Omb-Start. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick schon sehr, sehr, sehr interessant aus. So von der Optik her, auf jeden Fall ganz nice. Ich würde sagen, wir arbeiten uns natürlich ganz langsam ran. Es sind wieder ein paar Sachen wieder zurückgekehrt. Die ganzen Sachen von gestern sind noch alle drin. Also die ganzen Sommer-Skins sind weiterhin vorhanden. Ich würde sagen, Freunde, wir fangen ganz wie gewohnt erstmal im täglichen Bereich an. Und arbeiten uns dann weiter. Als Emote haben wir am Wasser gebaut nach 42 Tagen wieder zurück. Dann haben wir beispielsweise Billy Bones, das ist eigentlich ganz in Ordnung, nach 54 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann, Freunde, haben wir hier verschwitzt nach einem Monat wieder zurück. Und hier oben haben wir Seestock für 200 V-Bucks nach 40 Tagen zurück. Soviel auf jeden Fall zu den ganzen Emotes. Dann haben wir nochmal Schädellein. Schädellein ist nach 80 Tagen wieder zurückgekehrt. Und dann haben wir nochmal Finsterherz. Finsterherz nach einem Monat wieder zurück. Dann gehen wir eigentlich auch schon weiter. Hier oben haben wir auf jeden Fall so einige Skins, die wieder zurückgekehrt sind. Fangen wir nochmal mit Wolfskäppchen an. Ist nach 34 Tagen wieder zurückgekehrt. Optisch jetzt nicht der beste Skin, meiner Meinung nach. Inklusive Spitzhacke und der Lackierung. Dann haben wir nochmal Gewitter und Blitz am Start. Beides nicht wirklich krasse Skins. Die Lackierung sieht in Ordnung aus. Gleiter und Spitzhacke sind auch ganz in Ordnung. Nach einem Monat alles wieder zurückgekehrt. Dann, Freunde, kommen wir heute zum Neuen. Und zwar haben wir das komplette Midas Sommerpaket, beziehungsweise mit Sommer Midas Paket am Start. Ich bin euch ehrlich, Freunde, dieser Midas hier in dieser Sommerversion sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Meiner Meinung nach. Man kann hier halt alles ganz unterschiedlich an, aus machen. Und ich sag euch, wie es ist. Also Midas, ich glaube ohne Jacke, sieht auf jeden Fall ganz fresh aus. So mit den Schlappen und so. Also äußerst cool. Rückenaccessoire ist richtig nice. Die Spitzhacke ist unnormal nice. Und dann haben wir hier nochmal eine Lackierung. Goldenes Händchen. Lass ausgerüstete Waffen gold werden. Der Goldglatt der Tattoos verstärkt sich durch Eliminierungen. Alles klar. Also, wenn ihr hier ein paar Kills macht, Freunde, hier wird alles noch goldiger und interessanter. Hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Also sieht auch auf jeden Fall, wie gesagt, fresh aus. Freunde, checkt das Ganze natürlich gerne mal aus. Eure Meinung dazu unter den Kommentaren. Ready-Devend-Modus müssen wir eigentlich nicht abchecken, da dort eigentlich heute keine Neuerung sein sollte. Und damit würde ich mich dann auch hier an der Stelle schon verabschieden. Und wünsche allen natürlich da draußen in der Wildnis einen angenehmen Tag. Und würde sagen, Freunde, wir hören uns im nächsten Video. Haut rein. Oh, 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 oh. Wir haben das Fortnite-Logbot-Paket endlich am Start. Haben wir lange darauf gewartet. Ist so ein Toaster als Skin. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Optisch richtig nice. Wenn ihr euch dieses Bundle für 16 Euro kauft, bekommt ihr das auch im Battle Royale-Modus. Heißt für euch, wenn ihr da Bock drauf habt. Warum nicht? Ich hatte wirklich dir gelernt. Dann war's das mit dem Video. Und ich wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Freunde, wir hören uns im nächsten Video. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao.